Was geht ab? Was ist los? In der Stadt, da ist der Teufel los. Da gehen wir hin, die war plass. Da essen wir uns alle ganz satt. Mit Spritze und mit Schnass. Und die Ansicht kriegen alle klass. Vor dem Kopf, wenn wir die Schuhe und ihre Kumpels dann kehrt in die Ruhe. Ihr werdet schon sehen, das war ganz groß in der Stadt.